Ab 1. Juli, und da gibt es Lockerungen, die auch die Handelstreibenden in Österreich freuen werden, erstens die FFP2-Maske, die ist nicht mehr Pflicht, man kann jetzt wieder den einfachen Mund-Nasen-Schutz tragen und da noch zusätzlich die Quadratmeter-Regelung, auch da wurde weiter gelockert. Wie sehen Sie das, was wird das bringen und wie ist die Reaktion auch im Handel? Also an sich ist es sehr wichtig, denn wir sehen auch, dass es Zeit wird, dass jetzt die Menschen davon profitieren, dass sich die Maßnahmen auch bewährt haben und jetzt gilt es einfach wieder einmal zurückzukommen in Richtung Normalität. Wir haben eine Inzidenz heute von 7,9 und daher ist es wirklich an der Zeit, dass man auch im Handel auf den Mund-Nasen-Schutz schwenkt und hoffentlich dann mit dem 22. Juli auch im Non-Food-Handel, eben dort, wo man nicht hingehen muss, sondern hingehen kann, auch eben die Maske fällt. Und wichtig ist für uns natürlich auch wegen den Temperaturen, dass es hier Erleichterungen gibt und darüber hinaus die Quadratmeter-Regel und der Mindestabstand hat natürlich auch noch dazu bei hitzigen Temperaturen dazu geführt, dass der Frust der Konsumenten größer ist, ist nicht mehr notwendig. Und daher sagen wir auch ganz klar, jetzt ist der Zeitpunkt, rasch zu lockern und Richtung Herbst gesagt, muss man dann rascher reagieren, wenn sich die Situation wieder verändert. Aber wir können uns auch nicht in eine Geiselhaft begeben, nur weil Delta-Variante jetzt in anderen Ländern der Welt zu hohen Inzidenzen führt. Wir hören dann oft von anderen Ländern, wo man aber weit über 100 wieder von der Inzidenz ist. Jetzt ist bei uns einmal der Schritt Richtung Freiheit zu setzen. Gleichzeitig sage ich aber auch dazu, wenn wir hören, dass man einen Grenzübertritt von Kroatien nach Österreich macht und dann nur die Information bekommt, wenn man keinen Test vorweisen kann, ja bitte machen nach, geschweige denn bitte liefere ihn nach, dann gehen wir jetzt schon wieder das Risiko ein, dieselben Fehler wie letztes Jahr zu machen und dann wird die heimische Bevölkerung bestraft für ein Versagen im Vollzug dessen, was alle anderen jetzt aber noch tun müssen. Also Sie sagen, dass bei den Regelungen, dass man da schon zu nachsichtig ist. Wir sind ein touristisches Land, es ist auch klar, dass jeder in den Urlaub fahren möchte, aber wir müssen schon schauen, dass man dann, wenn Personen über unsere Grenzen kommen, dass sie die genauen Regeln halten, wie auch die ganze Bevölkerung im Lande. Sonst führt man sich halt absurd um und wundert sich, warum man bei den Charts dann wieder Zahlen sieht, die haben vielleicht weniger gefallen, aber das ist ein wesentlicher Punkt. Und gleichzeitig fordern wir Impfgutscheine für die gesamte Bevölkerung, nämlich all jene, die zur Gesamtgesundheit beitragen, um eben zu zeigen, dass es auch der Regierung und unserem Land was wert ist, wenn jeder Einzelne, für den das Impfen nicht lustig ist, sie einfach impfen lässt. Es kommt den Betrieben mit Betriebsstätten in Österreich zugute. Das kostet uns unter 400 Millionen, wenn die Gesamtbevölkerung das tun würde. Und es würde uns einfach krisenfester machen. Und das wäre sehr, sehr wichtig, weil sonst passiert uns vielleicht wieder genau dasselbe, nämlich, dass wir mit einem unintelligenten Lockdown in einer Woche 2,5 Milliarden verbraten, so wie im letzten Jahr oder Anfang diesen Jahres, da würden wir um einen Schnäppchenpreis einen positiven Anreiz bewirken können. Wir sollten ihn nur tun. In Griechenland oder in den USA wird das gerade umgesetzt. Also wie schaut das dann im Detail aus, wenn man sich jetzt noch nicht impfen hat erlassen und sich jetzt anmeldet, soll man diesen 50 Euro für jede Teilimpfung bekommen? Wir sind der Meinung, da darf man niemanden benachteiligen. Es sollen auch all jene, die jetzt schon die Impfung vollzogen haben, diesen 50-Euro-Gutschein erhalten. Das würde auch eine Stabilisierung bei der Kaufkraft über den Sommer bewirken. Und wir ein Dank an jeden, der diesen Schritt auf sich nimmt. Es gibt Lustigeres, als sich impfen zu lassen. Es ist aber ein Beitrag für die gesamte Gesundheitssituation der Bevölkerung. Es macht Griechenland, beispielsweise bei den Jungen derzeit. In Amerika gibt es unterschiedliche Anreize, da kann man dann in ein Konzert gehen. Man kann unterschiedliche Dinge machen und wir sollten es auch tun. Weil da müssen wir ein bisschen moderner werden und auch neue Wege aufzeigen. Weil sonst haben wir uns im Sommer diese Krisenfestigkeit für den Winter nicht hart genug erarbeitet. Wie sehen Sie da jetzt diesbezüglich die Chancen, dass das umgesetzt wird? Wir platzieren die Empfehlung. Es liegt daran, der Politik in die Umsetzung zu gehen. Wir halten es als ein leichtes, weil wenn es Griechenland kann oder Amerika kann, dann werden es wir in Österreich wohl auch einmal schaffen. Und es wäre einfach nur wichtig, weil wir können nicht immer sagen, wir kommen nicht weiter. Wir haben nur ein paar Prozent, die sich impfen lassen, maximal die Hälfte. Und wir tun aber nichts dazu, sondern gehen in eine kommende Sommerpause, wie man so sagt. Wie ist jetzt die Situation generell im Handel jetzt? Oder wie funktioniert es jetzt eigentlich, seit die Öffnungen stattgefunden haben? Die Gastronomie ist wieder offen. Das war ja wichtig für den Handel, dass eben zusätzlich Laufkundschaft da ist. Wie sehen Sie da die Lage und wie sehr wird auch die Öffnung der Nachtgastronomie hier noch positiv beitragen können? Also die Nachtgastronomie hat bei uns einen geringeren Effekt, weil wir natürlich schon lange geschlossen haben, wenn die anderen noch feiern. Ja, aber da gehen ja viele einkaufen. Die ziehen sich ja an, eigentlich nur um auszugehen, oder? Es ist ein Anlass mehr neben Kino, Opernbesuche und sonstigen Anlässen. Ich habe von vielen Bekannten gehört, die gesagt haben, ich kaufe mir nicht, ich gehe eh nur in die Arbeit. Ja, definitiv. Das Homeware-Segment im Fashion-Bereich hat am meisten performt und da hat sich natürlich beim Kunden und beim Konsumenten vieles verändert. Die Nachtgastronomie ist ein wichtiger Baustein, aber der allerwichtigste ist die normale Speisegastronomie und auch alle Bars und Kaffeehäuser, die Untertag geöffnet haben, weil sie einfach die Aufenthaltsdauern in den Kernzeiten auch im Handel erhöhen. Und daher ist es natürlich schön und wichtig, dass man hier wieder in das Gemenge zurückkommt, wie es eben immer gewohnt war, dass die Menschen einfach ein Cappuccino trinken, dann einen Gelegenheitskauf tätigen. Das ist sehr, sehr wichtig und daher hoffen wir, dass es bergauf geht. Es sind jetzt die doppelten Gehälter zu überweisen. Es ist jetzt aber so, dass fast jeder zweite Händler noch sagt, ich werde auch heuer Verluste machen im Vergleich zum Vorjahr, also dem Krisenjahr. Das ist beängstigend und es zeigt, dass noch nicht alles vorbei ist. Die Wirtschaftskrise läuft erst, die Einkommenserwartung ist am Tiefpunkt. Der Arbeitsminister hat tolle Programme und Akzente gesetzt, um hier auch dagegen zu wirken. Aber es muss nun auch vom Gesundheitsministerium mit diesen Impfgutscheinen ein Anreiz kommen, der aus dem Finanzministerium unterstützt wird und aus der Wirtschaft, dass man hier auch wirklich einen Win-Win-Effekt schafft, der zu einer stärkeren Krisenfestigkeit führt. Und es braucht auch für jeden Einzelnen die Anerkennung, egal ob er schon geimpft wurde oder es jetzt in der nächsten Zeit vorhat. Und damit könnte man für manche vielleicht auch einen Anreiz schaffen. Vielleicht doch noch die Frage bei der Maskenpflicht. Da gab es ja eine kleine Überraschung. Jetzt ist auch bei den körpernahen Dienstleistern und bei den Friseuren keine Maske notwendig. Wie sehr freut das die Branche? Definitiv positiv. Weil es gibt ja hier die 3G-Regel, das ist ja ohnehin ein Schutz dort gewährleistet. Ja, also für all die Branchen ist das sehr positiv, weil das sind natürlich körpernahe Dienstleister und beratungsintensive Formate, wo natürlich in der Mimik und Gestik das störend ist. Und wenn man eh einen Nachweis erbringt, dann ist es ja doppelt gemoppelt. Und in dieser Zeit mit einer Inzidenz wie dieser und einem Virusgeschehen ist das absolut rechtfertigbar. Sage aber auch dazu, im Handel haben wir die 3G nicht, weil sonst hätten wir sofort einmal zwei Drittel der Umsätze verloren, weil kein Mensch ins Geschäft kommen wäre fast. Und daher haben wir lieber Mund-Nasen-Schutz, also eine 3G-Regel, die unser Geschäftsmodell zerstört hätte. Auf jeden Fall. Vielleicht noch die Frage, wie sehr fehlt der Tourismus noch, weil da ist immer noch nicht so viel los wie normal. Ja, es ist natürlich so, dass von allen Ländern der Welt die Menschen zu uns kommen sollten. Jetzt haben wir in anderen Ländern andere Virusdynamiken und damit sehen wir das immer mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Denn wir haben natürlich dann ein erhöhtes Risiko. Wir können nur unsere Kriterien und Regeln auch auf alle, die zu uns kommen, auch anwenden. Wir freuen uns natürlich, wenn es ein gutes Tourismus ja auch wird. Aber es ist natürlich eine heikle und fragile Situation. Und daher müssen wir insbesondere dort, wo aus heiklen Regionen Menschen auch zu uns kommen, ganz besonders Acht geben. Und ich sage es auch so wie im Winter, wenn es dann Transferflughäfen gibt, wo man dann vielleicht weniger genau schaut und es kein Virus-Hotspot ist, ist es genauso wichtig, dass man hier drauf Acht gibt. Weil wir wissen, dass diese Variante, jetzt ist die Delta, irgendwann wird es die Omega- oder Gamma-Variante heikel ist. Und wir müssen einfach sicherstellen, dass egal wie die Abstandsregeln sind, egal welche Auflagen bestehen, dass wir nie wieder in diese Lock-up-Lockdown-Maßnahmen reinfallen, sondern dass wir eher definieren, wie wir damit umzugehen haben. Denn die Menschen haben sich auch sehr an all das gewöhnen müssen und können auch rasch auf die Dinge reagieren. Und deswegen sollten wir jetzt im Sommer nicht dasselbe wie im letzten Jahr machen, sondern sollten jetzt daraus lernen, sollten uns die Länder ansehen, wo die Delta-Variante wie in Großbritannien jetzt gerade sehr aktiv ist und unsere Schlüsse ziehen. Und einer davon muss sein, dass wir die Impfprozentzahlen in die Höhe bringen und daher der 50-Euro-Gutschein für alle, die einen Beitrag leisten. Wie ist es mit dem Kaufverhalten der Österreicher? Da haben Sie ja oft auch immer wieder angesprochen, zu Recht, viele sind jetzt gewohnt, online zu kaufen, online zu bestellen. Und das würde natürlich vor allem den großen Online-Giganten hier in die Hände spielen. Hat sich da die Situation schon verändert? Gehen die Menschen jetzt wieder mehr ins Geschäft? Und wie ist es auch mit der Präsentation der österreichischen Unternehmen im Internet? Da wurde ja heute ein neuer Bericht dazu veröffentlicht. Wir sehen, dass natürlich der Werbedruck und damit die Budgets, um die Kunden im Internet zu erreichen, auf der ersten Google-Seite zum Beispiel, wo über 90 Prozent der Menschen die Auswahl treffen, besetzt wird von Amazon. Es ist so, dass die österreichischen Händler sich auch gut schlagen, aber da hat sich schon vieles ins Negative verändert. Ein positiver Punkt, der heute festzuhalten ist, ist, der Handelsverband als überparteiliche Interessenvertreter dann hat sich fünf Jahre lang eingesetzt dafür, dass die 22-Euro-Grenze fällt. Das ist eine zollfreie Grenze, wo wir unter der Türschwelle praktisch Kinderpakete in unser Land kommen. Unter der 22-Euro-Grenze an Warenwert fällt keine Steuer an. Das wurde aber dazu genutzt, dass wenn Sie ein Handy kaufen um 40 Euro, praktisch es erhalten und mit der Kreditkarte zahlen, aber dann im Warenwert und auf der Rechnung nur 18 Euro oben steht, mutmaßlich falsch deklariert. Und genau das darf es nicht sein, weil damit wurden keine Steuern gezahlt. Und das wird jetzt wieder fair gemacht, gleichgestellt und damit kommt auch weniger Fake-Ware in unser Land. Und das ist ein gutes Zeichen für fairen Wettbewerb, aber da braucht es noch viel mehr, denn wir wissen, große Geganten zu ein wenig als einer Dönerbude an Steuern. Und da müssen wir einfach noch ein bisschen dran feilen und auch schneller werden, weil die Händler wollen ja im digitalen Bereich noch aktiver werden. Die Kunden erwarten sich, das hat sich in der Krise noch stärker verändert.